ja willkommen mein name ist dann hier und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of xylia im finale immer noch ja und guckt euch das mal an die mission ist gescheitert das heißt wir können nicht mehr zurück das heißt wir stehen kurz davor vor einem finalen boss und ja wir können nicht mehr zurück nicht mehr trainieren kein gar nichts mehr deswegen ja schön so egal was kommt jetzt wenn er uns wieder im boden super ich habe trotzdem nur so einen kleinen speicherpunkt als versicherung ich weiß kann nicht mehr zurück aber trotzdem da unten wollen wir hin also der finale kampf was war das genau gesehen da war so ein blitzen das war das wir verwirrt ich habe angst ja ich bin gelaufen war bling was war das noch gucken er er hat nicht mies wenn hier irgendwo der letzte elf wird schatz wäre weil uns fehlt hier noch einen an ich glaube das ist bestimmt der letzte dafür gibt es eine trophäe und ja er wäre doch mies wenn der hier irgendwo wäre und gleich finde ich hier wirklich nicht da wäre noch besser gleich finde ich hier wirklich ein was war das was war das ich habe voller kp man okay ach so verdammt da habe ich auch ähm konnte ich nur da lang ich konnte nur da lang okay jung das geht immer tiefer immer tiefer auch mir gar nichts ja was ist das hör auf damit wird der dritte ist dem ist gut das stimmt mich schon ein bisschen froh gott wenn oh mein gott ich wollte die szenerie ja ein bisschen genießen und dann soweit so welt ende na gut wenn du von hier aus springen kannst du vielleicht nicht mehr zurückkehren ach nee die erwartet der letzte kampf bestimmt noch und ne ich hätte gerne dieses ding an was uns gegen alle sachen ja immun macht nach was als geronimo so aber wer hat es jetzt ist einfach zum hauen wer ist der letzte den wir hier verbringen können wo sind die anderen überhaupt oh nein das ist das schwert oder ja 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 ich das da das da ich ich verrucke du 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 Wenn ich ranne, ich kann sie nicht beurteilen, dann würde ich sie wirklich verlieren. Mila, du hast schon etwas wichtiges, um sich zu retten. Und ich kann nicht, dass sie mich wieder zurückkehren können. Also, ich werde nicht. Ich werde nicht ranne. Und ich werde käuern. your resolve is commendable. And I have no intention to stray from my path in any way either. Na gut. Oh. nein wir sind immer noch zu zweit 70 die beswollte omega ja ich kann mit nichts klauen okay du bist als erste dran das ging verflucht schnell hat sie mich auf den armen wie schnell haben wir uns gerade fähig gemacht ich möchte gegen mich natürlich nicht angefordert hey naja was so wir sind nicht auch mühse drauf gehören wir brauchen wir sind schon gerade direkt kannst du nicht diese mitbringen man hört auf euch selber zu verkloppen war ich brauche unbedingt hier diese man muss ich baue ja was hat mich vor dingen schützt eine physische beeinträchtigung das richtig sind genau die beiden die ich nicht im team hatte soll doch losgehen man geht auch los jetzt weniger ap das war cool ausdrücken elise Jawoll Aber Treffer, jawoll Ja, danke, Thibaut So, das wird jetzt sehr wehtun Nein Nein, was macht ihr da? Wie heißt es, Luke? Was hast du eigentlich in Lise? Ich glaube, ich spinne Rowan, hi Boah, das ist richtig geil, das Finale Genau gesagt, das grande Finale Gleiches kriege ich die ganze Zeit nur aufs Maul So, Eliso kommt jetzt hier ein Und die kann heilen Habe ich jetzt genau gesehen Ich kann sogar TP klauen, das ist einfach wunderschön Und Rowan ist weg Mein Gott, wie viel AP hat er denn ich gerade nur noch die Hälfte? So, ich hätte gerne Dieses Ding, was uns vor allem Wo ist es denn? Du hast das scheiß Ding So, ich nehme das jetzt einfach Weil dann können Mila und Shoot auf jeden Fall nicht mehr hier verwirrt werden Nein, Rowan Boah, warum geht denn immer einer auf Rowan los? Was ist denn hier eigentlich los? Ach ja, weil der Ass kickt Mann Mann, lass mich doch Und wir sind gleich alle tot, wenn das so weitergeht Meine, du musst nicht immer direkt Nur drunter und drüber hier Wenn ihr so weitermacht mit dem Tränken des Lebens Dann kriegen wir Probleme Aber, nein, nicht auf mich Da kam ich doch einfach nur zufällig vorbei Oh, nee Oh, Gott Die Verwandlung von Ihnen Erinnere mich irgendwie an Dingens an Ja, kann ich ja nicht spoilern Von Tales of the War bis das Finale Wow, wer war das? Good to make a release Boah, wie die hier einfach alles wegtänkt, ne? Irgendwie kommt es mir so vor, als würde ich da gar keinen Schaden machen Nee, irgendwie kommt es mir so vor, als würde ich gar keinen Schaden machen Boah, jetzt sind beide tot Jawohl, gut, du hast Elise gehalten Das ist gut Alter Alter Ey, Elise setzt natürlich erst mal Dingens ein Die hat es drauf Alter Komm her Boah, mir kommt es mir so vor, als würde ich gar nicht hier vorankommen Amuser allein ist ja schon übel Und dann kommen noch Gaios hier und macht uns alle Oder gehen uns eigentlich nur auf den Nerven Der nervt uns eigentlich nur Jawohl Sollte er vielleicht einsetzen, genau Au Oh mein Gott Oh mein Nix ab Nein Meine Fresse Au Alter, was ist denn hier los? Alle sind tot Mal warte Äh BAMS Hehehe Ich bin arsch So Kann ich irgendjemanden Licht zaubern oder so? Jawohl Mann, wir hatten jetzt meine TP geklaut Das darf doch einfach nicht wahr sein So, komm her So, dich haben wir Dich haben wir Jawohl So, jetzt kommst du dran Bäh, Jungs Bäh, Jungs Kunde oder so wegbleiben können Aber nein, die ist direkt wieder da Ich glaube, ich spinne Mann Kommt nicht hier hin Oh mein Ey, warum sind denn auf einmal wieder alle tot? Oh, mir geht es ja Ich glaube, ich spinne, ey Alter, geht der mir auf den Sack So, wer ist draufgegangen? Fast alle Super Und Rowan Mach keinen Scheiß Ernsthaft? Die hat schon wieder? Ey Wie soll ich denn den Kampf schaffen? Dann gehe ich mal auf ihn los Toll, er hat noch voll P.H.P Wir gehen auch irgendwann die Tränke des Lebens aus Aua Nein Boah Mann Kann mal einer Oh, leer, komm mal her Wir wollen mal einen zweiten Heiler Boah Okay, ist gut, ist gut Alter Ich glaube, ich gehe wieder Au, au Boah, was für riesige Dämonenpenge waren das denn? Boah, das ist so eine Hektik hier, ne? Hast du den Heiligenkreis eingesetzt? Au So, wenn ich dich gleich besiege, dann tauchst du nicht nochmal auf Mann Was? Die heilt Wie soll ich denn den Kampf schaffen? War ich irgendetwas falsch? Boah Nein Hilfe Leute Ich werde von da hinten noch getroffen, ne? Ernsthaft Na ja, was machst du da? Und woraus du da? Warum liegst du auf einmal in der Luft? Mein Gott Alter, irgendwie Wird das hier nichts Wenn das so weitergeht Ich wollte schon sagen, habe ich nicht gerade Elise wiederbelebt Jetzt schon gleich wieder die Hälfte Ich weiß nicht, was ich hier machen soll, ehrlich gesagt Ja, ist gut Meiner Guter Ich weiß noch nicht mal, ob es das wirklich springt Sie hat doch gerade noch unter die Hälfte Sie hat doch noch 20.000 Jetzt hat sie wieder 40.000 Was ist das? Vor allem, ich gebe ja schon hier alles, was ich kann Eieiei Mann Mann Aber ich kann auch nicht ein Alles-Teiler oder irgendwie sowas einsetzen Weil dann wird der Kampf noch länger dauern Oh Oh, leck mich an Wir gehen die Omega-Elix-Tierer langsam aus Ey, ist gut Mit einem Schlag wurde hier beinahe erledigt So, komm schon Warte Ich geh immer noch auf dich los Boah, bleib bläu hier Hey, es ist so verzweifelt hier irgendwie Kommen wir irgendwie so vor wie in den Kolosseum kämpfen Wir kommen irgendwie nicht so richtig voran Warte So, wehe, wenn ich dich kaputter hole Kommst du gleich wieder Oh, bin ich schön Ich weiß auch nicht, wie ich ihm ausgeglichen bin Geht ja immer nur für Anvisierte Leute, aber egal Na, warte Ah Oh mein Gott, Elise Renn weg Sie hat schon wieder die Rift Hat Kann mir mal einer sagen, was ich hier machen soll? Und dann komme ich hier mit einer Grenzüberschreitung und mache die hier vollkommen fällig Ja, wehe, du kommst gleich wieder Hoffentlich geklappt hat hier Boah, die hat immer noch 10.000 Sterb endlich Ich hoffe, da kommt wirklich nicht noch irgendwas danach Weil das ist schon hier heftig hier Oh mein Gott, was zum Teufel Ey, meine Nerven Nein Du wirst mich doch verarschen Boah Ey, das gibt's nicht Jetzt ist er auch noch verwirrt Ja, und du auch Danke Ey, ich verzweifle ja langsam Die hat schon wieder 20.000 Kann mir mal einer sagen, was genau ich hier machen soll? Alter Ey Ja, ist gut Ich komme wieder und bin direkt wieder tot Ist klar Vor allem ich hatte sie gerade Na warte, jetzt gehe ich auf Gaius los Ich gehe auf Gaius los Gegen Musi bringt irgendwie nichts Ich muss ihn als erstes erlegen Ich hoffe, er geht sogar schneller Oh, ich gehe auf Gaius los Oh, ich gehe auf Gaius los Oh, ich gehe auf Gaius los Stopp ja Meine Güte So, kommt her Ihr beide Ich glaube, ich treffe euch beide Genau Alter, was für ein Finale Boah, sie ist gleich wieder tot Er ist gleich tot, wenn wir zu weit gehen Boah, ernsthaft Er ist im Verzweifelter Kampf hier Irgendwie ist das jetzt so viel einfacher Au, nein, ich wollte nicht da hinten Oh, ha Es wird noch ewig dauern, wenn es weiter geht Oh, meine TP Und wir sind tot Boah Ich glaube, ich bin doch noch nicht überleveled Habe ich so das Gefühl Da Gleich gehen wir die Dinger aus Es scheint aber auch keinen Bock zu haben, sich selbst zu einem irgendwie Vielleicht mache ich jetzt ja so richtig Oh, einen Schritt zurück und direkt bei einer Zumindest hat er kein Fog in der Naht sein Da ist aber ein Kampf, der es in sich hat, muss ich ganz ehrlich sagen Aber wir sind noch nicht tot Möchte ich auch noch hinzufügen Wir haben es sogar gleich geschafft, wenn es so weiter geht So, jetzt komm her Das bist du so gut wie tot Komm her So, komm her Ich hab gesagt Die Sorte hat nicht gemacht Mal zum Teufel Das war jetzt richtig blöd Noch unnötig Aber final game Ich hab sie gemacht Auch sie ist im Oberleben Okay Hilfe So, komm her Final game Aber wir haben es gleich geschafft Komm her Hey, hier geblieben Boah, es hat sie wieder geheilt Ich heil's nie aus Hey, das gibt's doch nicht Ich hatte es doch jetzt gerade Jetzt hat er wieder 25.000 Hallo? Wir gehen irgendwann die Items auch mal aus Aua Boah, wir hatten es doch grad Hör mich am Arsch Oh, na warte ich wirklich Oh Ja, jetzt auch noch so weit, ist klar Ich muss jetzt mal nach wie dann Dingens ein Ein Schmankerl Nein, geh weg Oh nein, geh weg Nein, 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 nein Oh, okay Das war gut ausgeglichen Fand ich schön Jetzt müssen wir einmal in die Grenze überschreiten Kommen, dann haben wir dich Komm schon Nein, komm her Du darfst nicht deine Dingens einsetzen Komm her, komm her Komm her Komm her Da gibt's auch nicht So, jetzt geht's nur du dann Komm schon, die schaffen wir auch noch Komm her Komm her Komm her Komm her Wir brauchen keine TP, um dich zu töten Boah, hör auf zu blocken Was zum Teufel, die hält sich hoch Was zum Teufel Willst du mich eigentlich verarschen? Hör auf mit dem Scheiß Die hat sich hochgehalten Boah Ey, dieser Kampf, ne Ist unglaublich Ist die jetzt noch stärker geworden Oder was Die hat einfach abgelehnt Und sich hochgehalten Hör auf mit diesem Du sollst vielleicht hier TP nehmen Oh, ich fass da nicht Ich hatte es doch gerade Wie oft werde ich in diesem Kampf Ja noch verarscht Boah Ey So eine Verarschung Komm her Können soll ich mal den Angriff einsetzen Gerade ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, weißt du Was war hier Elvin Wir brauchen dich mal Die Bitch tut ihr die ganze Zeit abwehren Zack Dämon Chaos Die hat schon wieder ein paar AP dazu bekommen Sag mal, willst du mich da verarschen? Boah, guckt euch das an Fuck Jetzt hab ich auch noch vermasselt Komm her Ist eigentlich besser, wenn Mila eingesetzt wird Aber egal Oh mein Gott Oh mein Gott Komm schon, kommt schon 10.000 oder noch Das ist ja auch noch ein Ding Geht mal weg Geht mal weg Geht mal weg Wie du heizt dich hoch Ich krieg die Krise Nix da So, komm her Da ist nur noch ein paar AP übrig Die krieg ich auch noch abgezogen Komm her Und 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 Wo willst du mich verarschen Die war gerade tot Die hatte 600 AP Na warte Stirb mit einem fausschlag okay perfekt dann würde ich mit diesem bild hier diesen paar das mal beenden und ich weiß nicht ob er weg geht deswegen drückt einfach mal start und wir sehen uns dann eben hoffentlich letzten part von let's play das heißt ja hoffentlich im letzten part von let's play tales of xilia ich bedanke mich fürs zuschauen und sage tschüss